Moinsen, euer Lufus hier Ich wollte heute mal ein Gerät vorstellen Das ist ein Dampfgerät, das neu auf den Markt gekommen ist Nämlich die Vaporazer Switcher mit 220 Watt Und besonders Extras Ich wollte es mir vorstellen, hier ist sie Die Vaporazer Switcher Ja, die ist neu auf den Markt gekommen Ich glaube Mai rum, Mai Juni ist sie gekommen Und Das ist echt eine Empfehlung wert, die zu kaufen Ich meine, das Teil ist total handlich Es hat ein bisschen Gewicht, aber es ist ihr egal Und ich finde es echt total klasse, total gut zum Dampfen Es macht echt verdammt gut Dampf Und Wie gesagt Ich würde es echt kaufen Wollen wir das Teil mal nochmal machen Na Na Ihr seht schon hier Das Teil leuchtet sogar Auch an den Seiten Hat verschiedene Farben Verdammt gutes Display Also Es hat alles mögliche drum und dran Das Teil Muss ich sagen Es ist echt von der Marke her Verdammt gutes Gerät Es macht Dampf Es ist nicht so schnell leer Da auch die Lichter Die ziehen keinen Akku Also finde ich Ich spüre nichts davon Und Was soll man sagen Das ist einfach der Hammer Was sie da gemacht haben Was ich auch geil finde Die Funktion Die Uhr ist drauf Das finde ich ja total geil Und Das ist aber noch nicht alles Es hat zwar einen Farbenwechsel Total geil Hin und her Aber Es hat noch eine weitere Funktion Deshalb nicht Wie ihr seht Ihr könnt die aufmachen Und dann Könnt ihr Einfach Das Design wechseln Das Design ist total geil gemacht Ich habe es immer mal drauf Nur das Da ich bald ein neues Design kaufen werde Weil wir ein neues Gerät kaufen werde Es werden mehrere Dampfvideos Es kommen mehrere Empfehlungen Und mal gucken was noch zukommt So aber Was ich empfehle Seht ihr das Gerät Der Akkuträger Habe ich bezahlt 70€ rum Ohne Sets Wirklich Allein das Gerät kostet 70€ Dann die Akkus drin 3-4€ pro Akku Und was ich jetzt empfehlen werde Ist wirklich Der Kopf Da sollte eigentlich Ein Rubberraiser Kopf drauf Bloß verdammt Und Da ich jetzt kein Geld mehr hatte Für die Kopf dran Weil Mit Kopf Und alles drum runter Hätte ich noch ganz Die Euro bezahlt Nur das Geld hatte ich dann leider In der Zeit leider nicht mehr Und Ich finde es total geil gemacht Und ich meine Es ist ja Keine Ahnung Was soll ich sagen Ich bin total Keine Ahnung Total überzeugt von einem Gerät Allein Weil es einfach schon Neu ist Ich meine Ich bin nicht so der eine der sagt Oh ich brauche neue Sachen Ich brauche neue Dampfen Neues Dampf geht es draus Ich brauche sauber Das ist besonders Oh mein Gott Nein Ich finde es einfach geil Das Design ist einfach hin und her gemacht Wie gesagt Handlich Design Unendlich geil Ich weiß was ich sagen soll Aber Das ist nicht das Besondere Das Besondere An dem Teil ist Einfach Dieser Farbwechsel Wird Ergegert Total langsam Seht ihr Aber Sobald man anfängt Zu dampfen Ich sehe hier Diese Tasten Und auch diese drei Untertasten hier Hier kann man zum Beispiel Hier kann man Alles einstellen Ich weiß nicht Ich weiß nicht So Hier Das Mod Menü Man kann alles einstellen System Set Time Set Breakness Buff Counter Smart On Off Screen Time Out Light Version DTC Und das Teil geht einfach mal Bis 220 Wie ihr seht ihr hier Total Ich weiß Ich weiß Keine Ahnung Das Teil hat einfach etwas besonderes An sich Aber ich werde nicht auf 25 Dampfen Sondern ich werde schön auf 50 Watt bleiben Da mein Kopf Es Ist auf 120 Bis 150 Watt Aber ich mache es nicht Weil ich Ich habe vorhin dann gezogen Und ich habe gemerkt Okay scheiße Das Ding Das Ding ist durchgebrannt Also ich habe es so geschmeckt Dass das Teil durchgebrannt wäre Aber ist es nicht Ich habe wieder 50 Watt Erstmal so ein bisschen gedampft Und dann ging es wieder Aber Was ich euch zeigen wollte Ist wirklich Dieses Farmsen Pass auf Also Total egal Ihr seht auch Der Dampf ist verdammt gut Und Ich empfehle es einfach nur Aber was ich empfehle Ist dieser Kopf Aspire Kopf Plus Aspire Coil Habe ich schon seit einem Jahr Kann erst mal gewechseln Das Ding hält immer noch durch Das ist aber Wahnsinn Und Ich habe auch ein anderes Gerät vom Vaporazer Das ist nämlich das hier Die Vaporazer Swag Auch total geil gemacht Ich weiß was ich sagen soll Das ist einfach Ein Anfangsgerät 80 Watt Macht aber genauso viel Dampf Wie neu Keine Ahnung Wie so 50 Watt Gerät Und Da würde ich auch empfehlen Haut den nochmal Standard zu den Kopf drauf Da ist aber auch gut Es hat ein Akku Es ist nichts besonderes Außer hier vielleicht Hier seht ihr Vaporazer Blablabla Wart an Die Ohmzahl Kannst du Ohm ändern Man kann hier zum Beispiel Bei meiner Auch die Ohmzahl Eine Wattzahl ändern Die Grad Celsius Kein Ahnung Was da für ein Zeug drauf ist Ändern muss ich selber noch Befassen damit Und Mal gucken was kommt Was auch bald wirklich Erscheinen wird Ich werde dazu auch bald ein Video drehen Sobald ich mein Geld habe Wird Im Kopf gekauft Nämlich die Viper Giant Und das werde ich auch dann kommen Das wird demnächst kommen Und Wie gesagt Ich empfehle euch das Feed Ich empfehle euch das Feed anzugucken Ich empfehle euch das Gerät zu kaufen Auch wenn ihr sagt Ah Wir sind anderer Meinung Ich habe schon zu viele Meinungen gehört So Ah Das Gerät soll schlecht sein Es wird Akku ziehen Und sonst irgendwas Ich höre nicht drauf Das ist meine Meinung Und es passt so Ich bin zufrieden Und Ganz ehrlich Mir gefällt es Aber Leute Das war es mit dem Video Peace